Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 318. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei zurück von der Druckbank der Herr Basti. Du der Grüße. Und Grüße, genau. Der Herr Marvin und der Herr Dennis und die Frau Alex lassen sich entschuldigen, aber wir haben versucht, adäquaten Ersatz zu finden. Herzlich Willkommen, Etienne. Gude, Gude. Tag, Tag, Tag. Schön, wieder hier zu sein. Ja, schön. Endlich mal wieder. Dich wieder da zu haben. Gut seht ihr aus, ganz ehrlich. Lange ist es her, lange ist es her. Ja, ich habe mir aber extra die Haare gemacht heute. Und ich habe eine Hose an. Ich muss sagen, der Bart steht dir gut. Ja, danke. Danke. Ach, so viel Lob, ich werde schon ganz rot. Fast so rot wie der Herr Marvin in der aktuellen Folge Fußball 2000. Aber dazu später mehr. Wir reden jetzt erstmal über die Eintracht und all das, was da letzte Woche so passiert ist. Unter anderem war da so eine gewisse Euro-Leak-Auslosung. Ich hatte ja kurzfristig so ein bisschen Schiss, dass ich es nicht schaffe, mir die live anzugucken, weil tatsächlich jemand meinte so, ach ja, hier, Firmentermin, 12.45 Uhr bis 14 Uhr. Nee. Aber ich konnte ihn dann verschieben und habe live verfolgt ihr wahrscheinlich auch. Und was sagt ihr zu unserer wunderbaren Gruppe mit Marseille, Lazio und Limazol? Ja, schon ganz geil eigentlich. Also könnte auf jeden Fall, also es ist immer die Frage, aus welcher Sicht man das sieht. Ob aus Sicht von Auswärtsfahrten oder Stadion besuchen und geilen Spielen, geilen Tests, wenn du so willst. Oder hofft man, dass man möglichst nur Kappes kriegt, um möglichst weit zu kommen. Bei mir überwiegt dann doch Ersteres, weil ich schon auch Bock habe, dass wir ein Statement in großen Fußballstätten setzen. Und ich glaube, da haben wir mit Marseille, ja gut, da kommen wir gleich noch drauf, theoretisch wäre Marseille da cool gewesen. Und Lazio natürlich schon zwei richtig geile Sachen. Und ich meine, ey, Zypern, why not? Kann man mal machen. Man könnte ja unter anderem eine Woche lang da bleiben oder so. Ja, kann man machen. Ist gar nicht so teuer, wie ich dachte. Er hat mich 250 Euro gekostet für sieben Tage. Ist noch 24 Grad dort. Kann ich jedem empfehlen. Grüße. Ja, aber das war ein sehr, sehr anstrengender Tag, fand ich. Also das allgemeine, das ganze Wochenende war anstrengend. Wir werden natürlich später auf den Spieltag kommen. Aber dieser Tag, die Auslösung war von Vorfreude geprägt. Also wir haben hier ein paar Leute bei mir auf der Couch gesessen. Grüße an alle. Und dann kam diese Gruppe, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Eigentlich dachte ich, als er hat er gezogen wurde, dachte ich, dass gerade die Fenerbahce Anderlech-Gruppe dran ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das verpeilt. Und wir haben dann gedacht, oh geil. Das lockt jetzt komisch durcheinander irgendwie. Ja. Geile Städte, geile Fahrten, wo viele, viele Eintracht-Fans wieder auftauchen, wie in Porto oder in Bordeaux. Ja, und das war, glaube ich, die attraktivste Gruppe von allen. Es gab, glaube ich, noch so eine mit russischen Vereinen und so. Da hatte man schon so ein bisschen Angst. Aber die Gruppe war eigentlich, das war die Wunschgruppe. Also hättest du mich gefragt, in welche Zweierkonzentration willst du, hätte ich die genommen. Das war irgendwie ausgeflippt. Ich auch. Dann kam Zypern dazu. Das war genau so, wie wir es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt hatten. Das ist so, ja, so eine Woche Sandstrand und ein bisschen Randale. Das war eigentlich perfekt. Und dann hattest du ja quasi, ja, aber dann fing es an, weil es war ja vorher schon bekannt, Marseille hat das erste Heimspiel ohne Zuschauer. Ja, aber ich habe da irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Und dann eine Stunde später oder irgendwas oder gucke ich dann wieder in Twitter rein und sie haben so, scheiße. Ja, ausgerechnet die Eintracht. Da hättest du irgendwie gefühlt 200 andere Varianten haben können, wie das irgendwie passiert. Aber natürlich zieht die Eintracht dieses Wunderbare los und darf in einem komplett leeren Stadion spielen. Das ist ja nicht mal so, dass nur gestern ausgeschlossen sind, sondern es darf ja gar keiner da rein. Würde ich denn sagen, dass es denn trotzdem vielleicht eher ein Vorteil ist, dass dann auch keine Heimfans bei dem Spiel sind oder wären Auswärtsfans von der Eintracht trotz Heimfans ein Vorteil gewesen. Boah, dafür ist es noch zu frisch, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich das rein egoistisch ehrlich gesagt gesehen habe. Aber vielleicht hat Etienne da einen Punkt, vielleicht ist das sportlich gar nicht so schlecht, dass du sagst, da kannst du vielleicht dann unentschieden spielen, weil es keinen interessiert. Spielst du dann 0-0, das ist so ein Spiel und Ausgleich. Ja, nicht nur, weil es keinen interessiert, sondern die Frage ist natürlich auch, inwieweit dich das als Heimmannschaft an der Stelle vielleicht sogar ein Stück weit irritiert, wenn du in deiner eigenen Hütte jetzt nicht irgendwie so ein Trainingskick, sondern halt wirklich ein Pflichtspiel hast, in einer vielleicht jetzt nicht so sehr gewohnten Konstellation. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Spiele Marseille im Heimstadion schon unter Ausschuss der Öffentlichkeit hatte, aber das wird jetzt auch nichts sein, was die irgendwie alle zwei Wochen haben. Hoffe ich. Gut, aber das Problem ist, die Qualität von Marseille wird wahrscheinlich trotzdem bemerken. Ja, natürlich, ja. Gerade jetzt am ersten Spieltag zu schlagen, deswegen habe ich das so ein bisschen ignoriert. Ja, wir reden halt hier schon irgendwie davon, dass irgendwie, wir vergleichen hier Müller gegen Payet, also da ist halt schon irgendwie so ein bisschen andere Qualität am Start. Sag ich ja, und deswegen war das so ein bisschen, dass du sagst, okay, aus Fansicht war es wirklich schade, dann hat man sich natürlich gefreut, dass man in anderen Städten gebucht hat, aber rein sportlich sehe ich ehrlich gesagt in der Gruppe für die einfach gar nichts zu holen. Wenn ich das jetzt wirklich, wenn wir uns jetzt aufs Sportliche konzentrieren, trotz Geisterspiel und trotz Nachteil für Marseille. Das ist für uns persönlich gesehen eigentlich die Todesgruppe schlecht. Ich glaube, dass die Eintracht sich mit Limassol um den dritten Platz schreiten wird. Sei denn, Marseille oder Rom nehmen das halt gar nicht ernst und das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Vereine, die dann irgendwie vor 4000 Zuschauern da spielen, weil die, keine Ahnung, mit der C-Elf da spielen und das irgendwie gar keinen interessiert. Das gibt ja verschiedene Wahrnehmungen von dieser Euroleague. Diese Euroleague ist ja eigentlich, die Eintracht-Fans sind ja da auch eine Ausnahme, will ich mal sagen. Also ich glaube, ich kenne nicht viele Vereine, die die, wo die Fans sehen, die Euroleague so feiern, wie die ausgedörrten Eintracht-Fans und vielleicht kann da, vielleicht kann da noch irgendein Vorteil entstehen, aber ansonsten rechne ich mir keine Chance. Es ist vom Papier her, es ist für uns erstmal die Todesgruppe, ja, aber ich will jetzt hier nicht mit irgendwie Pokalen und eigenen Gesetzen, weil dann ist ja gleich wieder Frasenschwein am Start, aber da kann natürlich halt auch noch einiges passieren, ja. Wir haben auch die Heimspiele, die werden gigantisch werden, davon kannst du ausgehen, ja, da brauchen sich nur zwei irgendwie gegenseitig so ein bisschen zu behakeln und der eine stolpert irgendwie vielleicht dann doch über Limasol und dann wird es halt auch wieder eine enge Kiste. Also man hat auch schon Pferde kotzen sehen, ne? Also ich meine, wer unser Spiel damals gegen Porto gesehen hat, da hat auch jeder gedacht, die werden uns abschlachten und letztendlich sind wir aus der Euroleague ausgeschieden, ohne ein einziges Spiel zu verlieren, glaube ich, ne? Also insofern kann, sowas kann ja auch immer ein Anlass sein, um über sich hinaus zu wachsen und ich glaube gerade, wenn das Spieler sind, für die das auch so einmalig ist wie für die Fans, dann kann das halt auch so ein DFB-Pokalfinale mäßiges, kann es natürlich nicht immer haben, aber so einen extra Schub geben, der nochmal alles aus den Leuten rausholt und ja, natürlich sind wir auf dem Papier klar die Außenseiter, aber es ist Sport und wir haben auch ein paar Dudes, die kicken können, also wenn bis dahin nicht alle verletzt sind, aber dazu später mehr. Ja, dass darauf wollte ich jetzt eigentlich kommen, nicht wegen den Verletzten, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die Eintracht sich so eine Europapokaleuphorie-Fokussierung gar nicht leisten kann oder leisten wird, so ein bisschen. Ich hoffe einfach, dass wir, bis das wirklich ernst wird, alles so, ja, so in den Oktobermonaten, Oktobermonat und November, dass wir bis dahin vielleicht die, zumindest die meisten PS, die wir überhaupt im Kader haben, auf der Straße haben, um zu sagen, ok, wir powern jetzt durch und hangeln uns nicht von Spiel zu Spiel, weil wir, wie du es gesagt hast, viele Verletzte haben. Jetzt spielen wir dann, jetzt haben wir Länderspielpause, dann spielst du in Dortmund, wo du nichts ausrechnest, dann geht es schon los und da ist Rebic noch nicht richtig fit. Ich hoffe einfach, dass wir, wenn es in die entscheidende Phase geht dann im Herbst, dass wir dann wirklich den Wagen auf der Straße haben, um dann zu sagen, ok, wie gehen diese Euroleague an, wie der Etieners gesagt hat, zu sagen, dass wir wirklich, wer weiß, stellt euch vor, wir haben am letzten Spiel in Rom, haben wir noch die Chance, weiterzukommen und dann kann das passieren, was der Etienne sagt, dann fahren da 20.000 hin und dann gewinnt die Eintracht auch da, da bin ich fest von überzeugt. Aber du musst halt erstmal dir die Situation schaffen und ich hoffe, dass die Eintracht das, ohne auch in der Liga zu sehr abzukacken, dass sie das schafft und da habe ich, vielleicht, weil ich auch noch so ein bisschen unter dem Deadline-Day und Bremen-Eindruck stehe, habe ich ein bisschen, nicht großartige Zweifel schon, aber ja, auch ein bisschen Angst. Aber auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite bin ich, was die Liga angeht, schon, ich bin eher entspannt seit dem Bremen-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe da eine Mannschaft gesehen, die ich nicht zu einem Abstiegskandidaten zählen würde und ich mache mir aber auch nicht Hoffnung, dass das eine geile Saison wird. Also das kann auch 14, 15 werden oder 13, 12, irgendwie sowas. Irgendwas, was nicht geil ist, was irgendwie so, ja komm, scheiß Saison, abhaken. Ich glaube nicht, dass wir absteigen. Ich glaube nicht, dass wir im Abstiegskampf landen. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube es auch irgendwie nicht. Ich habe aber auch keine besonderen Ambitionen, was die Saison angeht. Wir sind im Pokal, sind wir raus. Ja, in die Top 6, glaube ich, werden wir nicht reinkommen. Insofern, fuck it, es wird eh eine graue Maussaison und dann, warum dann nicht in der Euroleague gucken, ob man da vielleicht eine kleine Überraschung schaffen kann. Ich hoffe aber, dass das dann alle so sehen wie du, weil das ist genau das. Wenn alle Fans das so sehen würden wie du, dann hätte ich auch keine Angst, weil dann würde ich denken, okay, das Umfeld, die ganzen Leute hier sind fein damit und wir sind zufrieden, wenn wir am Ende Zwölfter werden und geile Europapokalspiele haben. Aber was da vor der Saison schon los war, das lässt mich daran ein bisschen zweifeln, dass das alle leider nicht so rational sehen wie du, weil ich sehe es genauso wie du. Ich habe auch gesagt, die andere soll 10er werden, uns geile Europapokalabende bescheren und irgendwie ein, zwei Spiele entwickeln und in Dika soll nach der Saison 20 Millionen Euro wert sein. So, da bin ich zufrieden. Ich befürchte aber, gerade durch die Kritik, die jetzt an Hütter schon laut wurde und Trainingsgruppe zwei, dieser verkorkste Transfersommer, dass das alles Sachen dafür sind, die eben so eine Saison, selbst wenn sie so läuft wie Etienne und ich das vorstellen gerade, dass die aber in der Außenwahrnehmung komplett negativ bewertet werden würde. Zu denken, okay, keine Ahnung, der Trainer ist in der Diskussion und bla 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 und so ein bisschen wird dadurch die Europapokal-Euphorie überdeckt und das will ich nicht. Das ist das Einzige, was ich nicht will. Ich will quasi mit Ruhe im Umfeld diese Reisen antreten und dann vielleicht wirklich für eine Überraschung sorgen und dann vielleicht noch ein geiles Sechzehntelfinale haben. Aktuell habe ich da durch verschiedenste Faktoren Zweifel. Vielleicht beruhigt sich ein bisschen, dass der Verein anscheinend auch irgendwie das Thema nicht so kritisch zieht, weil immerhin haben wir uns noch drei Tage Florida Cup im Trainingslager aufgehalst. Das hat mich auch gewundert, ey. Aber das ist einfach diese Strukturen, die jetzt da vor allem Hellmann im Hintergrund irgendwie vorantreiben will, die ja vielleicht auch irgendwie seine Richtigkeit haben, aber manchmal denkt man wirklich so, ey Leute, weiß auch nicht, ist das jetzt wieder so eine Amerika-Reise, wieder irgendwie da so ein Florida Cup, das ist, keine Ahnung, vielleicht schickt man die Trainingsgruppe 2 dahin oder so. Die ist ja seit heute auch offiziell nicht mehr gelöst. Genau. Damit greifen wir dem Thema. Ja, aber lass uns auch gar nicht, es tut mir auch leid, wenn ich zu negativ war, ich will es mir auch gar nicht versauen lassen. Ich habe echt Bock auf Europa und das wären geile Nummern, Marseille ist halt echt ein Schönheitsfehler, der, ja gut, Schönheitsfehler ist fast schon zu harmlos. Das ist schon eine aufgerissene halbe Gesichtshälfte, aber gut, können wir nicht ändern. Also ein Viertelgesicht, wenn es eine halbe Gesichtshälfte ist. Ja, siehst du mal, du hast, du warst vielleicht doch bei mir im Matheleistungskurs damals. Und ja, also geben wir es an, der Etienne hat gesagt, beim Rennenspiel, wo wir gleich drauf kommen, gab es auch positive Ansätze. Ich weiß nicht, ich habe trotzdem, also wenn wir, wenn ich jetzt mal einfach frech zum nächsten Thema überleite, René, dieser Deadline-Day hat mir trotzdem Bauchschmerzen verursacht. Ja, also wir fassen mal zusammen. Die Eintracht hat verpflichtet Kevin Trapp und. Genau. Ja, das war's. Mehr haben wir irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, woran auch immer es gelegen hat. Und mich würde jetzt mal ganz brennend, jetzt unabhängig, dass wir über das Prämenspiel sprechen, eure Meinung zu dieser Kevin-Trapp-Verpflichtung interessieren. Weil ganz ehrlich, ich verstehe sie nicht. Ja, ich muss sagen, ich sehe sie auch ein bisschen kritisch. Was nichts damit zu tun hat, dass ich Kevin Trapp nicht cool finde und auch irgendwie das Gefühl habe, dass er auch dem Team gut tut und auch der Geschlossenheit und den Fans und so weiter. Aber ganz ehrlich, irgendwie eine Woche vorher, nachdem René richtig schlecht gehalten hat, wurde ihm der Rücken gestärkt. Er hat sich dann von Spiel zu Spiel gesteigert und es wurde jedes Mal betont, dass er irgendwie auch, dass man ihm das Vertrauen schenkt, was ja auch Sinn macht. Er hat die ganze Vorbereitung verpasst und so weiter. Und ich glaube auch, dass der Junge was kann. Und dann setzt man ihm irgendwie einen Nationaltorhüter vor, die Früße. Das war irgendwie, weiß ich nicht, mir tut der Freddy da ein bisschen leid, also der Röno. Ich finde das irgendwie, wirkt das wie so ein Panikkauf und man glaubt auch dann irgendwann den Verantwortlichen nicht mehr das, was sie letzte Woche noch gesagt haben. Neulich sagt irgendwie Hütter, er kann nicht mit so vielen trainieren. Jetzt sagt er irgendwie, neuste Aussage ist, er ist doch eigentlich ganz cool, so einen großen Kader zu haben. Mir ist das alles ein bisschen zu opponistisch, was bei der Eintracht da passiert. Ich sehe da nicht so ganz wirklich einen Plan dahinter, sondern es wirkt so, als ob die sehr viel überrumpelt werden von den Ereignissen und ständig irgendwelche Löcher stopfen, die neu entstehen, aber jetzt nicht wirklich von ruhiger und langer Hand geplant an diese Saison rangegangen sind. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil es stand frühzeitig fest, dass wir die Liga halten werden. Was ja auch immer heißt, ja ja, also Abstiegskampf ist immer scheiße, weil man weiß nicht, wie man planen soll und so weiter, dann kann man das verstehen. Aber in dem Fall war klar, Eintracht hält die Klasse. Sie wussten, dass es eine Chance gibt auf die Europa League, mehrere. Es gab ja ursprünglich sogar noch vielleicht Planung für die Champions League, also muss es auch Planung für die Europa League gegeben haben. Es war genug Zeit da, es war Geld da mehr als je zuvor. Wir haben Verkäufe gehabt, zwar vielleicht nicht in der gewünschten Höhe, aber trotzdem ist da mit Mascarell, mit Wolf, mit Kovac, mit was weiß ich, da sind auf jeden Fall Erlöse auch gekommen. Du hast den DFB-Pokal gewonnen, du hast diese irgendwelche Freunde der Eintracht-Gedöns-Geld gehabt. Du bist in der Fernsehtabelle hoch, du hast neue Sponsoren klar gemacht. Da war also einfach auch für Eintracht-Verhältnisse unverhältnismäßig viel Geld, muss da gewesen sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht, warum dann so krasse Außenseiter verpflichtet wurden. Also ich will gar nicht mein Urteil über, also ich finde, der Toro hat ein tolles Spiel gemacht in Bremen. Endicker sieht man, ist auf jeden Fall kein Fehlgriff gewesen. Also ich will gar nicht irgendwie sagen, dass das alles Flops sind oder so, aber man geht trotzdem ein unfassbares Risiko ein, wenn du Leute aus der zweiten portugiesischen Liga holst. Und dann diese Hängepartie um Rebic irgendwie, das war alles irgendwie, ich finde die Eintracht hat ein enorm schwaches Bild abgegeben in dieser Transferperiode. Und bis zum Schluss, als dann auch noch, wann hat sich Chandler verletzt? Das war ja auch drei Wochen oder vier Wochen vor Transferschluss oder so. Also es war jetzt nicht zwei Tage vorher. Und du schaffst es nicht, die komplette rechte Seite ist ohne Backup. Ja, es gibt kein Backup für Müller, es gibt kein Backup für Chandler. Dann verleihst du auch noch einen Danny Blum, der eh schon fast nichts verdient. Irgendwie, der dann auch dauernd, das sind alles so Sachen, die ich nicht verstehe, der wurde dauernd eingesetzt von Hütter. Genauso wie Fabian, der war in der Startelf. Plötzlich ist er in Trainingsgruppe zwei. Danny Blum saß auf der Bank, wurde eingewechselt. Plötzlich wurde er verliehen. Also ich habe das Gefühl gehabt, kein Mensch weiß, was da eigentlich gerade passiert. Es wirkte, als ob ein besoffener gerade ein Managerspiel spielt. Und da ist er wieder der schlussliche Kellner. Weißt du, wie das auf mich wirkt? Du bist so ein kleiner, kläffender Hund und versuchst irgendwie mit den Großen um die Wette zu pinkeln und fällst dabei aber stumpf einfach auf die Seite. Du hast dich verzockt bei dem Rebic verkauft, du wolltest den für viel Geld loswerden. Die Kohle hast du nicht bekommen. Du warst, das ist jetzt einfach mal irgendwie Mutmaßung, du warst froh, einen dänischen Nationaltürhütter zu bekommen und hast beim Medizincheck nicht genau aufgepasst. Das ist dir jetzt am Ende auf die Füße gefallen. Du warst an Spielern dran, für die du entweder die Kohle nicht hattest, weil deine Trainingsgruppe zwei, die du vorher loswerden musst, dir noch auf der Tasche liegt. Und bei anderen warst du vielleicht irgendwie zu dreist, was die Forderung angeht und hast das Ding nicht rechtzeitig über die Bühne bekommen. Und parallel kommt noch hinzu, dass es auf mich so wirkt, als wenn ein Bobic, ein Hübner und ein Hütter sich nicht einig darüber werden, wie die Mannschaftsplanung aussieht und deswegen dieses Spiel mit einem Blumen zum Beispiel ist. Für den einen ist er Schamtspieler und in der Elf, die anderen schieben ihn irgendwie an den Verein XY weiter. Ja, aber ich meine, was, erklär mir doch mal einer, warum ein Stendera in die Trainingsgruppe zwei kommt und ein Alain verpflichtet wird. Oder warum ein Geraldes geholt wird und ein Fabian in die Trainingsgruppe zwei verfrachtet wird. Der eine spielt sogar noch in der Startelf, der andere ist noch nicht mal im Kader. Und das macht für mich alles überhaupt gar keinen Sinn. Und dann musst du irgendwie drei Jugendspieler auch noch auf so eine, das macht vielleicht jeder, aber ich finde es trotzdem irgendwie schäbig dann so mit Profi-Verträgen aus, statt damit du überhaupt eine Lizenz erhältst. Also ich muss sagen, ich verstehe da nicht so viel, ganz ehrlich. Also wenn der Toro und der Geraldes und wie sie alle heißen, wenn die nicht mega die Granaten sind und ihren Marktwert alle verdreifachen, dann darf man ruhig schon mal fragen, warum der und nicht jemand anders. So Basti, jetzt ist deine Aufgabe, uns das zu erklären und uns wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Ihr habt hier eine dreiviertel schöne Zeit jetzt, äh, nein. Ja, hab ich, oder? Also wir fangen mal hinten an, im Tor, haben wir angepasst. Das war, glaube ich, das Ursprungsthema. Das war die Ursprungsthematik, genau. Das ist eine ganz schwierige Nummer, die fällt mir sehr, sehr schwer, die zu bewerten. Weil ich da einfach wirklich keine Insights hab. Weil, also, gehen wir mal von Szenario 1 aus, Renau ist wirklich schwer verletzt. Nicht schwer verletzt, aber der hat eine Verletzung, beziehungsweise die Verletzung, die er im Sommer hatte, die ist dann wieder aufgebrochen. Er wurde für Freiburg irgendwie fit gespritzt. Das wussten beide, bla, 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 bla. Dann kann ich die Verpflichtung von Trapp verstehen, weil Trapp macht uns nichts vor, der ist besser als Renau, da gibt's, da lass ich, das seh ich einfach so. Da ist Trapp auch wirklich eine geile Verpflichtung, die wirklich auch so eine Signalwirkung hat. Da, da wär ich mit zufrieden. Die Kommunikation ging ja auch in die Richtung, das heißt, diese anfängliche Skepsis und das Mitleid mit Renau ist bei mir so ein bisschen gewichen und da war wieder dieses, ja, da war wieder dieses Vertrauen, was ich eigentlich gar nicht gewohnt bin, dass ich da in solchen Dingen vertraue. Weil wir das nie konnten eigentlich, was wir hier schon viele Sachen erlebt haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Von wegen, es wurde erzählt, ja, der Zornbrunner hat keine Ausstiegsklausel. Zwei Wochen später wechselt er für 500.000 Euro irgendwo hin. Also das sind so, du weißt schon, was die Eintracht teilweise macht und denkst, du bist trotzdem immer wieder naiv. Sagen wir mal, ich glaub, die Kommunikation. Ja, Renau, die Verletzungen haben wir unterschätzt, bla, bla, blups. Selbst wenn du das nicht wissen hättest können beim Medizincheck, das war vielleicht eine alte Verletzung aus 2014, die jetzt wieder aufgebrochen ist, weil er hat in der Zwischenzeit ja auch gespielt. Alles geschenkt. Was ich dann aber nicht verstehe, ja, auf einmal wird die Bank angeblendet im Stadion. Ja, da sitzt er auf der Bank. Da denk ich mir, ja, Digga, also ist er jetzt verletzt oder nicht? Oder wie oder was? Was ist denn, wenn der Trapp sich jetzt verletzt hat, dann hätte er doch wieder spielen können. Und jetzt reist er mit der Nationalmannschaft nach Dänemark. Also der kann ja, also schwer verletzt ist er schon mal nicht. Da frage ich mich. Also das kann es ja nicht sein. Dann gibt es noch zwei andere Varianten. Entweder er ist, und das hast du erst im Training festgestellt, dann doch eher so ein Format Fliegenfänger. Gut, aber wenn das so ist, dann muss man den anderen verantwortlichen Respekt für diese unangenehmen Entscheidung geben. Und sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht und wir vertuschen den nicht, indem wir jetzt mit dem irgendwie die ganze Hinrunde spielen, sondern sagen, okay, nee, da hat sich was ergeben. Trapp ist kurz vor Schluss irgendwie noch so und so viel günstiger geworden. Den holen wir jetzt. Und gucken, inwieweit sich Renau, keine Ahnung, vielleicht wird Renau in Arulik eingesetzt. Ich habe keine Ahnung, was der Plan mit Renau ist. Ich habe aber das Gefühl, wie der Tien ist, sagt, ich glaube, die Eintracht weiß es gerade selber nicht. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Das macht mir ein bisschen Angst, ja. Ja, und da komme ich zum nächsten Punkt, zu sagen, okay, ihr hattet Rebic angesprochen. Das hat so René, glaube ich, gesagt. Zu Rebic, damit bin ich eigentlich fein, weil ich glaube, dass der Eintracht diese 50 Millionen aus Manchester oder so genommen hätte. Die gab es aber nicht. Guck mal, Tottenham, wir haben es ja auch schon angesprochen. In England war der Markt irgendwie ruhig. Ich bin auch fein damit, dass er da bleibt, aber man hat sich auf dieses eine Ding irgendwie fokussiert. Glaube ich nicht. Und das hat nicht funktioniert. Und damit ist man, glaube ich, so ein bisschen in den Stolpern gekommen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Eintracht dachte, okay, wen holen wir für 5. Ich glaube, wenn die Eintracht diese 50 gehabt hätte, hätten die vielleicht auch nicht gewusst, was sie damit machen sollen. Deswegen eigentlich ist gut. Rebic ist da. Ist ein wichtiger Spieler, ist jetzt leider verletzt. Da kommen wir vielleicht auch noch später zu. Das habe ich gefeiert, dass Rebic bleibt. Das war auch ein wichtiges Zeichen nach den ganzen anderen Abgängen. Mascarell, Wolf, bla bla bla. Dann kommen wir aber zu der Nummer mit Chandler. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Da kann ich mir jetzt auch kein Szenario ausdenken, wo ich sagen kann, okay, das könnte vielleicht so gewesen sein. Nee, der Typ ist verletzt. Sechs Monate, das wussten alle. Man wusste, dass man einen braucht. Man hat mit Mbabu schon verhandelt. Man war ziemlich weit. Und fährt dann scheinbar wirklich am letzten Tag erst dahin. Und sagt, ja, hier, wollen wir es jetzt fix machen. Und die sagen, ja, nee, wir wollen jetzt plötzlich mehr Geld. Dann fährst du zurück und dann ist die Zeit abgelaufen. Egal, ob das so war oder nicht, ist das fahrlässig, kein Rechtsverteidiger zu holen. Aber dabei bleibe ich. Und das haben wir dann nach fünf Minuten gegen Bremen schon um die Fresse gehauen bekommen. Indem sich der potenzielle Ersatz, in Anführungszeichen, weil er es in Mexiko spielt, Salcedo, jetzt auch ein paar Monate verlässt. Da ist ja auch die Hinrunde weg. So, was ist denn jetzt? Die können jetzt nicht auf der Costa verlassen, der a. nicht so viele Spiele vielleicht machen kann und b. auch nicht der Leistungskonstanteste ist, der sich immer so konzentrieren kann. Also der hat sehr, sehr viel Spielnervosität, sage ich mal ab und zu. Der ist okay, aber so ein bisschen Bauchschmerzen hinterlässt das schon. Und dann hat Etienne jetzt, da rede ich gleich wirklich 45 Minuten, hat der Alain und Gérald das angesprochen, wo du dich fragst, wenn du Spieler ausleihst, gehst du ja davon aus, dass der, in der Natur des Leihspielers ohne Kaufoption liegt ja eigentlich, dass das ein Spieler ist, den du dir eigentlich nicht leisten kannst, der dir aber kurzfristig hilft. So Serge Gnabry zum Beispiel. Genau. So wie Bremen de Bräune. Du kannst dir den nicht leisten, der hilft dir aber ein Jahr so sehr, dass sich das lohnt, dass du den Kaderplatz vergibst und an der Marktwertsteigerung und oder Marktwerterhaltung nicht partizipierst. Eine Win-Win-Situation. Quasi. Die hast du ja jetzt scheinbar nicht. Trennen wir es mal. Alain gegen Stendera, da lasse ich das Argument gelten, dass Alain uns keinen Cent kostet. Da wird sogar das Gehalt, glaube ich, übernommen, weil der irgendwie keine Arbeitserlaubnis für Liverpool kriegt, weil der nicht über eine gewisse Quote von irgendwelchen Profispielen kommt oder irgendwas ist da. So was war da, ja. Der mit zwei Sechser und zwei schnellen Außenspielen, da ist kein Achter mehr. Also da ist ja nichts. Und dann denke ich mir, okay. Und dann hörst du noch von dir, ja, das wird ganz, ganz schwer für den, sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Dann denke ich mir einfach, Digga, wenn der sich an die Bundesliga gewöhnt hat, dann ist die auch schon wieder um die Leitzeit. Nicht zu verstehen. Und dann kommen wir jetzt zur Trainingsgruppe zwei. René, du hast gesagt, die wurde jetzt zwar aufgelöst, und Etienne hat es richtig gesagt, mit einer sehr merkwürdigen Kommunikation. Eigentlich ja schon, ja, ja. Also, fassen wir die Story zusammen. Aussage von Hütter war, naja, eigentlich war es ja gar keine Trainingsgruppe zwei, und wir haben sie auch nicht abgeschoben, sondern sie haben jetzt einfach gerade in dem Moment keinen Einsatz gehabt, und wir wollten ihnen ein hochwertiges Training anbieten, und deswegen haben wir sie dahin gesteckt. Aber sie waren nicht abgeschoben, und sie sind weiterhin Bestandteil der Mannschaft, und ich stand immer mit ihnen in Kontakt. Also, da ist viel Geschmäck dabei. Nein, aber das stimmt ja auch faktisch nicht, weil die ja vorher überall angeboten worden sind, und Fabian ja schon fast in Istanbul war. Naja, er war in Istanbul, zumindest für einen Medizincheck. Ja, aber es ist ja nicht wahr, was er sagt. Ja, natürlich, ich sag ja, da ist viel Geschmack irgendwie mit dabei, bei der irgendwie, also die Superhaster, die arg versalzt, und zwar selbst. Da kommt das ins Spiel, was der Etienne vorhin gesagt hat, das wirkt wirklich, ja, gehe ich auch so weit, das wirkt wirklich so, als wenn Besoffener das gemacht hätte, der dann immer mal wieder klar wird, dann nach dem Wochenende mal kurz guckt, ja, okay, dann müssen wir das und das machen, und dann wieder anfangen zu trinken, und dann ... Ja, ich glaube, das ist auch ... Sorry. Nee, mach. Nee, ich meine nur, wie heißt so schön, die größten Fehler macht man im Erfolg, und ich bin irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass durch diesen Pokalsieg und auch ... Oder sagen wir weniger durch den Pokalsieg, sondern eher durch die Art und Weise, wie dieser Pokalsieg gefeiert wurde, mit diesen einzigartigen Bildern aus Frankfurt, die, glaube ich, auch einen Hardcore-Eintracht-Fan überrascht haben, wie krass das abging. Also, wie die Stadt im Freudentaumel war, wie die da reingefahren sind und so. Das sind einfach Bilder, die hast du ... Also, damit habe ich selbst nicht gerechnet, und ich weiß, dass Frankfurt die Eintracht liebt und dass die Leute die Eintracht lieben, aber das war schon krass. Das war Ausnahmezustand. Und ich glaube, das war auch für alle Verantwortlichen, gerade die, die auch noch nicht so lange da sind. Ja, so ein Fredi Bobic, der jetzt auch noch nicht so lange da ist. Ich glaube, das war für alle Beteiligten ein unfassbares, krasses Erlebnis. Und man hat gemerkt, wie über die Eintracht gesprochen wird und wie geschrieben wird. Und das war neu. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da auch vielleicht dann so ein bisschen ... Ich will, Größenwahn ist vielleicht schon ein bisschen zu hart. Weil ich glaube nach wie vor, dass ein Bobic und ein Hellmann und so, dass die schon auch sehr ehrgeizig sind und auch durchaus smart vielleicht. Aber ich glaube trotzdem, dass da so ein bisschen im Rausche der Euphorie gedacht wurde, wir sind die krassen Maker. Und da wurde vielleicht auch ... Ich will diesen Sieg nicht kleinreden. Ich war im Stadion. Ich habe Tränen vergossen vor Freude. Und das ist das schönste Erlebnis, an das ich mich erinnern kann. Aber trotzdem muss man sagen, wir haben Glück gehabt bei der Elferentscheidung. Wir haben Glück gehabt, dass wir überhaupt im Finale stehen. Wegen einer Schiri-Entscheidung. Wir haben nicht im DFB-Pokal alle Mannschaften an die Wand gespielt mit Fußball zum Zungeschnalzen. Wir haben die Champions League in der Rückrunde leichtfertig meiner Meinung nach fast schon verspielt. Also es war nicht alles Gold, was glänzt, will ich sagen. Wir haben einen Pokalsieg gehabt und den kann uns keiner mehr nehmen. Und das ist wunderschön und das ist toll. Aber vielleicht hat dieser Erfolg auch so ein bisschen darüber weggetäuscht, dass es schon teilweise auch geknirscht hat im Gebälk sozusagen. Und ich muss sagen, da wirkte so ein bisschen in der Transferperiode, ja, wir haben hier einen Radetzky entdeckt, wir haben einen Wolf entdeckt, wir haben einen Maskarell entdeckt, wer kannte die. Wir machen das jetzt so weiter. Ich weiß auch nicht, welche Rolle dann der Chef-Scout, der Manga, 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 im Hintergrund spielt. Der ja, da hat man auch gelesen, dass da irgendwie, dass der vielleicht geht. Dann wurde da vielleicht ein Vertrag verlängert. Der wurde sicher auch, der wird sicherlich auch am Erfolg der Mannschaft und der Spieler partizipiert haben. und dass man dann irgendwie so denkt, ja, pass auf, ich bin hier der geile Typ, ich weiß immer, wo die geilen Spieler sind und ich hole die euch, ich hole euch den hier aus der 2. Liga, kennt kein Schwein, ich hole euch den aus der Liga, der ist da aussortiert, ich hole euch die alle und wir machen das jetzt so. So wirkt es so ein bisschen auf mich. Da wird, da wurde so ein bisschen dickhosig. Da haben alle ein bisschen dickere Eier gehabt in dieser Sommertransferperiode. Auch der Hübner, der nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen ist und so. Vielleicht ist da so ein bisschen Demut verloren gegangen, die jetzt dann für sowas gesorgt hat. Keine Ahnung. Das war ja das, was ich vorhin meinte, von wegen wir versuchen irgendwie mit den Großen zu pinkeln. Wir waren so ein bisschen berauscht und so ein bisschen vielleicht leicht, glaube ich, und haben gedacht, ach ja, jetzt kommen wir da irgendwo hin und sagen, wir sind Pokalsieger, herzlichen Dank. Und dann gibt es irgendwie den Spieler zum super Sonderpreis und das hat alles nicht so richtig funktioniert. Entschuldigung, wenn ein Scharhin für unter eine Million zu Werder Bremen wechselt. Ja, und wir kriegen das nicht auf die Kette. Und wir suchen einen Nachfolger für Mascarell. Der Typ ist im Prinzip exakt der gleiche Spieler, nur vielleicht noch besser. Also da fehlen mir die Worte. Das checke ich einfach nicht. Das checke ich einfach nicht. Tut mir leid. Ich bin richtig sauer. Ich bin auch ein Scharhin-Fan, gebe ich offen und ehrlich zu. Vielleicht ist er gar nicht mehr so gut, wie er mal war, aber wir suchen einen Leader, wir suchen einen Sechser, der spielen kann, der einen Ball halten kann und so weiter. Und dann gibt es da einen, der nachweislich bewiesen hat, für welche Qualität er steht. Und unter eine Million kostet und jetzt wechselt er zu Werder Bremen. Also das weiß ich nicht. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Basti, ärgert dich das auch? Ja, ich weiß es. Ich bin wirklich hin und her gerissen. Weil die Verletzungen und diese Dummheit von Müllimms, da können die Verantwortlichen auch nichts dafür. Das ist richtig. Also ich weiß auch gar nicht, wenn der 96. der Ball nicht reingeklatscht wäre, ob ich dann so sauer gewesen wäre jetzt gerade noch. Wahrscheinlich nicht. Also es gibt Punkte, die haben wir auch, glaube ich, schon vorkritisiert. Also das, und ich habe halt einfach wirklich auch, als ich das immer verteidigt habe, was die machen, habe ich wirklich damit gerechnet. Und ich war mir sicher, ich war mir sicher, dass die Eintracht den Babu holt. Da war ich fast, ich war wirklich sicher. Ich habe schon Leute... Die sich auch. Und das glaube ich auch. Und da hat dann wirklich Plan B gefehlt. Und wenn die jetzt Dennis Diekmeier holen, dann gehe ich nicht mehr ins Stadion. Und das ist einfach... Du weißt, dass dich irgendwer daran erinnern wird. Und wenn es einer von uns ist. René, du weißt ja auch mittlerweile, dass ich Zugang zu Perücken habe. Aber ganz ehrlich, also ich halte Dennis Diekmeier für äußerst wahrscheinlich. Also, ich denke, man würde jetzt nochmal gucken, ob man es vielleicht bis zur Winterpause schafft. Aber... Also ich glaube, dass der Babu im Winter kommt, ehrlich gesagt. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber was ist, wenn jetzt der Koster sich verletzt? eben, das ist es. Das habe ich mir während dem Bremen-Spiel schon gedacht. Ich habe mir gedacht, was machen die denn jetzt, wenn der Koster umknickt? Und der Koster hat ja jetzt auch nicht unbedingt die beste Verletzungshistorie. Ich glaube, der ist ja auch schon mal fast ein komplettes Jahr ausgefallen. Jetzt haben wir dieses Bremen-Spiel irgendwie so oft hier angesprochen. Jetzt müssen wir da auch mal irgendwie in Gänze drücken. Ja, erstens aber noch diese Transfernummer abschließen. Also ich bin, ich fand es krass, dass die Eintracht wirklich keinen Sechser und keinen Rechtsverteidiger mehr geholt hätte. Ich wäre auch zufrieden gewesen, wenn es nur ein Rechtsverteidiger gewesen wäre. Ja, aber es wäre notwendig gewesen. Das wäre notwendig gewesen, das haben sie nicht gemacht. Vielleicht haben die es wirklich sich verkalkuliert, haben dann gesagt, okay, zur Not kann ich für die Hinrunde, bis wir einen Babu holen. Weil das fände ich auch gut. Weil der Gedanke zu sagen, okay, dann holen wir jetzt hier irgendeinen. Das ist auch blöd. Dann warten wir halt bis zum Winter, weil wir um Babu unbedingt wollen für die nächsten Jahre. Der Trainer will den haben, der kennen sich. Das hätte ich mir noch gefallen lassen. Aber es gibt auch noch andere Spieler auf dem Markt. Also sorry, ich meine, ich habe ihn jetzt nicht so oft spielen sehen. Ich höre nur sehr Gutes und so und alles, aber es gibt einen Jetway von Leverkusen, es gibt einen Tolljan, der aussortiert werden sollte bei Dortmund. Meine ich ja. Das sind alles Spieler, wo man sagen kann, die wären für die Eintracht okay gewesen, finde ich. Ja, und das, ja, also die Eintracht scheint ja es irgendwie zu schaffen, immer Spieler auszuhören. Das hätten die mit dem Rechtsverteidiger vielleicht auch geschafft. Egal. Ist jetzt nicht so. Ich glaube trotzdem, ich fasse jetzt mal meine Gefühle von der Kaderplanung zusammen, die ist nicht optimal gelaufen. Da sind vielleicht viele Sachen, die die Eintracht, wofür die Eintracht gar nichts konnte. Also wie gesagt, wir haben es schon erwähnt, der eingeschlafene Markt in England, dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelches unseriöses Geschäftsgebaren von Fenerbahce Istanbul. Dann kommt dazu irgendwie, dass Stendera überhaupt gar nicht hier weg will. Dann kam vielleicht dazu, dass Bern vielleicht die Forderung echt irgendwie erhöht hat, auf eine, ja, keine Ahnung, unangemessene Höhe. Das sind vielleicht alles Sachen. Aber du bist ja, die sind ja nicht neu im Fußball. Das ist ja nicht so, wie wenn wir drei das jetzt hier machen, sagen, ach du Scheiße, was ist das für ein Haifischbecki hier? Sondern die kennen das doch alle. Und da muss ich ja ein bisschen irgendwie noch eine zweite Tür irgendwo haben. Ist nicht passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das ist ein echten Risiko. Du gehst mit einem neuen Trainer, den irgendwie keiner von uns noch so sehr greifen kann. Also keiner kann ihn irgendwie, du kannst, du hast das Gefühl, du kannst ihn irgendwie nicht anfassen. Bei Kovac hätte ich mir vorstellen können, wenn er dann ein Tor schießt, hätte ich mir vorstellen können, wie man sich mit dem irgendwie, keine Ahnung, freut. Bei dem wüsste ich gar nicht. Kennt ihr das, die Situation, wenn du nicht weißt, wie du jemanden begrüßt? Er will er dich umarmen, so hi. Und dann wird es so eine ganz awkward Situation. So ist das. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hege Sympathien für diesen Trainer. Ich kann das gar nicht so gut erklären, aber ich finde ihn irgendwie cool. Ich mag den Hütter und ich traue ihm irgendwie zu, dass der voll den Peil hat und dass der mehr oder weniger auch ein Opfer von dem Ganzen ist. Ich wüsste jetzt nicht, ob irgendein anderer Trainer da eine sehr viel bessere Figur abgeben würde als er. Und das meinte ich eben auch und dann sind wir auch schon fast beim Bremen-Spiel. Wie die sich verkauft haben in dem Spiel, das muss ich sagen, wie die quasi zu zehnt Bremen fast niedergerungen haben, das finde ich ist aller Ehrenwert. Und da muss man bei all dem Negativen, was auch zu Recht gesagt wird, muss man aber auch einfach sagen, die Spieler folgen dem Trainer und die haben da eine Leidenschaft an den Tag gelegt, die man auch nicht alle Tage in der Form sieht. Und sind da irgendwie mit zehn Mann noch ins Pressing gegangen, bis am Ende, klar, die Kräfte weg waren und irgendwann die einfach auch nicht mehr konnten. aber also ich finde, man sieht auch eine Entwicklung, man sieht eine spielerische Entwicklung, man sieht die, teilweise werden die Spieler besser, was man so in den Trainingsberichten im Forum und so liest, glaube ich schon, dass das ein guter Trainer für uns ist. Und ich hoffe wirklich, dass er die Zeit kriegt, weil ich glaube, Hütter braucht die Zeit. Er braucht die Zeit einerseits, damit wir ihn besser kennenlernen können, damit wir uns an ihn gewöhnen, weil er ist halt ein Ösi, der ist halt, der Kovac hat halt gepasst wie die Fause aufs Auge. Das ist, ist halt einfach so, dass wir müssen uns an den gewöhnen, an seine Art und er an sich, vielleicht auch an uns. Und ich glaube aber, wenn man ihm die Zeit gibt, werden wir davon profitieren. Das, was er in Bern erreicht hat, das hat er auch drei Jahre gedauert. Aber drei Jahre wird er vermutlich nicht kriegen bei uns. Ja, und ich sage jetzt auch einen abschließenden Satz dazu. Ich finde, der Etern hat es sehr gut zusammengefasst, was man ihm halt, man hätte ihm halt wirklich dann eine ruhigere, Situation und eine ausgewogenere Kaderplanung gewünscht. Gerade, weil er ja natürlich dadurch, dass er neu jetzt auch sein Päckchen mit sich trägt, das ist jetzt nicht optimal. Es ist aber auch kein Drama. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht optimal gelaufen. Es gab viele Stellensverbesserungen, aber wie der Etienne es gesagt hat, ich glaube, man kann zusammenfassen, die Eintracht wird nicht absteigen. Reden wir dann jetzt finally über Bremen. Ich würde gerne mit positiven Dingen anfangen. Etienne hat es ja gerade so ein bisschen schon gemacht. Ich fand die Einstellung gerade in der zweiten Hälfte war extrem gut. Ich fand Toro im Vergleich zu seinem ersten Spiel grandios. Also wie der in die Zweikämpfe gegangen ist, ist super. kleiner Makel dabei ist halt, er ist halt eher so der Abräumer. Wir bräuchten aber eigentlich einen, der da auch mal so ein bisschen das Spiel eröffnen kann. Und Endika, trotzdessen, dass er ja dann irgendwie eingewechselt wurde, ist für mich auch ganz klar jemanden, wo ich ganz viel Potenzial sehe auf der Position und der könnte uns noch ganz viel Spaß machen. Damit kommen wir dann aber auch so ein bisschen zu den Risiken oder zu den Schwierigkeiten, dass Salcedo jetzt ausfällt und das wahrscheinlich, also man hat jetzt kein Datum genannt, aber er muss operiert werden. Ich tippe mal vor mindestens irgendwie acht bis zwölf Wochen. Das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr bitter. Und dass Willems sich quasi für die nächsten drei Spiele selbst disqualifiziert mit einer absolut unnötigen Tätlichkeit, das ist nicht zu verstehen. Das ist halt auch nicht ideal, weil wir haben die rechte Außenverteidigerposition angesprochen, jetzt haben wir dasselbe Problem eigentlich auch auf links für die nächsten drei Spiele. Er war ja wichtig, also der war ja... Ja, Willems war ein Schlüsselspieler, glaube ich, für Hüter. Also wir haben, der hat es ja auch immer wieder betont, dass er wirklich über die Außen das regeln will und das war also wirklich... Also erstmal keine Grüße an Davy Klaassen, das war, der hat sich... Es hat sich sofort bei mir... Aber er war doch, also laut dem Sky-Kommentator, dem Herrn Feldmann, war er ja gar nicht schuld, sondern Salcedo ist unglücklich umgeknickt, Basti. Wie kannst du das so hart sagen? Der hat sich bei mir unter... Also der ist schon... Der hat sich natürlich noch ein bisschen drunter, weil er neu ist, aber da ist schon unter Werner Selke ist Davy Klaassen auf jeden Fall dabei, auch im Laufe des Spiels. Aber ey, der Kommentator, da müssen wir eigentlich auch mal überlegen. Ja, der kommt später noch. Der steht schon auf der Liste, keine Angst. Also Davy Klaassen, geiler Kicker, aber das ist nicht mein Lieblingsspieler jetzt plötzlich. Nee. Egal. Das waren natürlich zwei Sachen, das musst du auch erstmal verarbeiten. Die erste Halbzeit fand ich, war ein schlechtes Spiel, hat mir nicht so gut gefallen. Ja, also die ersten zehn Minuten waren schon okay. Zu halb, also das waren alles so Halbchance, also da war nichts irgendwie Krasses dabei. Dann muss ich aber sagen, ich habe die zweite Halbzeit angesprochen, im Gesamtblick würde ich sagen, Haller hat für mich wieder ein gutes Spiel gemacht. Auch wenn einige unglückliche Sachen hatten und ich ihn immer noch nicht, und das will ich hier mal erwähnen, ich sehe ihn immer noch nicht als alleinige Spitze. Haller ist für mich keiner, der ganz alleine da rumspielen sollte. Ja. Weil der nimmt dann, der nimmt geil den Ball an und guckt dann, ja singt der Akui. Das geht halt auch keiner dann irgendwie mit. Ja. Das war halt auch so ein Punkt, der mich dann an der Stelle so ein bisschen gestört hat. Du hast ein Haller, du hast ein Jovic gehalten, du hast ein Pacienza als weitere Mittelstürmer irgendwie geholt. Und dann spielst du in der Kombination mit einem Haller als alleinige Spitze und einem Gacinovic irgendwie so als hängende Spitze, Zehner, whatever, dahinter. Ja, Gacinovic hat ja quasi, also wir haben ja quasi, glaube ich, im Angriff haben wir im 4-4-2 gespielt und dann in der Verteidigung ist er halt Gacinovic auf die 10 zurückgerückt. Ja. Also es ist so eine Fahnerfahrt-Position gewesen. Das ist ja trotzdem kein Stürmer dann in dem Sinne, auch von der Statur nicht. Und da hast du wirklich, wie, und du hast Jovic gar nicht gesehen. Ich hätte fest damit gerechnet, dass wir mit Haller und Jovic in die Saison gehen. Gut, nach zwei Spielen will ich da auch noch gar nicht zu viel hineininterpretieren. Da sind wir vielleicht auch zu weit weg von der Idee, die da verfolgt wird. Nichtsdestotrotz sieht man halt die Schwächen von Haller, wenn er alleine da ist. Weil er trotzdem keiner ist, wenn er den Ball so geil annimmt, ist er keiner, der dem Verteidiger irgendwie dann natzt und den den Ball durch die Beine spielt und an ihm vorbeiläuft und dann das Tor selber macht. Sondern er ist einer, der, wir haben es in Freiburg gesehen, der kann den überragend wieder auf Müller in Freiburg legen. Das ist überragend geil. Das ist eine Kante, der ist, auch vom Elfmeterpunkt ist er eiskalt. Aber das hat mir, das hat mir nicht gefallen. Ja, und ansonsten hast du halt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit noch viel Sand am Getriebe gehabt. Bremen war so ein bisschen besser. Und ansonsten kannst du ab dann das Spiel auch gar nicht mehr seriös bewerten. Das ist dann so eine Nummer. Dann bist du mit zehn Mann, du kämpfst, wächst über dich hinaus, machst den Ausgleich, hast vielleicht sogar durch einen, auch teilweise in gewissen Situationen, fand ich ihn echt geil. Also Kostic hat oft die Zuschauer auch zurück ins Spiel geholt mit geilen Aktionen, wo du denkst, geil und bla bla. Also Kostic hat schon angedeutet, warum ich nicht so traurig war, dass er hier ist. Ja, und dann reicht irgendwann, glaube ich, einfach auch die mentale Kraft nicht mehr aus, dieses ständige Hinterherrennen und dann schaffst du es doch, das einigermaßen über die Zeit zu bringen. Ich glaube, am Punkt wären alle zufrieden gewesen und dann klotschen die so einen Freistoß rein, den vielleicht Rönno sogar gehalten hätte. Grüße. Also ja, also der war definitiv nicht unhaltbar. Du musst halt einen Schritt machen. Ja, ich glaube, Trapp ist da so ein bisschen einfach ein bisschen zu weit links. Ich wollte gerade sagen, der ist da so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen und hat sich ja, komm, ich stelle meine Mauer dahin und mache die andere Ecke dicht und dann wird schon nichts passieren. Ja, und das ist halt so ein bisschen, er hat versucht, auf Nummer sicher zu gehen und hat dann das, das faule Ei da ins Nest gelegt bekommen. war eine 50-50-Entscheidung, er hat die falsche getroffen. Ist halt blöd, in der 96. Minute dieses Ding dann da zu kassieren, eine Minute später wird abgefiffen und das war es dann halt nach der Kraftleistung, die du dann da gebracht hast. Was mir aufgefallen ist bei dem Spiel ist, dass wir in Ansätzen teilweise auch sehr schöne Kombinationen spielen, oft angetrieben über die Außen, dann oft in die Mitte rein. Da gibt es dann auch mal einen Doppelpass mit Alea oder so, in die Spitzen und so und was mir da immer wieder auffällt bei der Eintracht ist, diese Unkonzentriertheiten oder Ungenauigkeiten beim letzten oder vorletzten Pass. Das gab ganz viele Situationen, wo ich gedacht habe, oh, richtig gut, richtig gut, richtig gut und dann, oh, was machst du denn? Das meinte ich mit Halbchancen, das ist genau das. Und das ist was, wo ich denke, also Garzinovic ist so wirklich ein Beispiel, der eigentlich bombenmäßig immer spielt und immer richtig gute Ideen hat und du denkst immer, bei dem geht was und dann kommen so läppsche Pässe irgendwie manchmal dabei rum oder so bei Da Costa genauso. Der steht frei, der läuft sich rechts frei, kriegt auch einen guten Pass eröffnen nach rechts außen, dribbelt tempomäßig auf den 16er zu und dann landet der Ball irgendwie direkt beim Gegner und es gibt direkten Konter und solche Geschichten. Und das ist echt was, was mich tierisch nervt, diese Passgenauigkeit bei der Eintracht ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent es waren, unter 70, glaube ich. Ja, das war recht. Das ist, weiß ich nicht, also das muss besser werden, finde ich. Weil du hast natürlich echt auch sonst Mannschaften, so wie Dortmund oder so, da spielst du einen so einen Fehlpass und es gibt jedes Mal ein Tor. Im Chat war es gerade noch zu Recht natürlich darauf hingewiesen, dass wir natürlich zusätzlich in dem Spiel auch noch das Problem hatten, dass wir offensiv nicht mehr wechseln konnten, weil durch die Salcedo-Verletzung und durch den Kacinovic-Zusammenstoß plus eben die Sicherung hinten in der Abwehr, wo du Müller rausgenommen und Tavata dafür gebracht hast, natürlich alle drei Wechsel dann nachher schon weg waren. Das ist auf jeden Fall richtig, das hat man auch gemerkt, dass ein Allaire am Ende so, der hat ja eh immer nur, sag ich mal so, Power für 70 Minuten oder so. Das hast du auch sehr krass gemerkt. Das hast du gemerkt, der konnte am Ende gar nichts mehr machen. Was ich übrigens auch, das habe ich auch bei Bundesliga schon gesagt, Grüße, ist, was mich wirklich geärgert hat an diesem Freistoß, ist, dass der Schiri dann nicht mit einer Linie gepfiffen hat in dieser Partie. Du kannst nicht irgendwie einen Klaas, einen Salcedo da raustreten, lassen, und der kriegt nicht mal eine gelbe Karte. Auch ein paar Wlenker hätte man über eine gelbe Karte, finde ich, zumindest diskutieren können. Es gab diverse Fouls, wo Eintracht-Spieler, oder sagen wir beide Seiten von mir aus, um es ein bisschen fairer zu machen, beide Seiten sich nichts geschenkt haben, und er hat es ständig irgendwie laufen lassen, wo du sagst, oh, da hätte er auch pfeifen können. Und dann in der 96. Minute plötzlich entscheidet er sich, aber diese kleine Berührung, die pfeife ich. Und das, finde ich, ist einfach dann irgendwie, das verstehe ich nicht so ganz, ich will jetzt auch nicht sagen, wir haben wegen dem Schiri oder was auch immer verloren, aber das fand ich so ein bisschen, fand ich ein bisschen scheiße. Ja, das rundet dieses Spiel so ein bisschen ab. Ich habe in dieser einen Sendung gelernt, da war auch irgendwas mit Schiedsrichtern und so, dass man ja nicht auf den einen Fehler noch einen draufsetzen darf. Ich weiß nicht, wo das war. Vielleicht weiß ich dir anders noch. Naja, das stimmt, aber die Frage ist, wäre es ein Fehler gewesen, das nicht zu pfeifen? Wahrscheinlich nicht. man hält es in dem Moment auch genauso gut. Da kann man natürlich diskutieren. Ja, kannst du am Ende halt immer irgendwie, ist natürlich blöd, weil du hast so eine spielentscheidende Situation, gerade in dem Moment, also da halt sich wirklich den Gedanken zu machen, ich bin dann gleich fertig, muss ich in der 96. Minute mit der Situation und der Vorgeschichte das Ding an der Stelle da noch geben, weil ich muss davon ausgehen, dass es am Ende eine spielentscheidende Situation ist und damit schiebst du es in eine Richtung. Ja, also ich muss auch sagen, lassen wir mal alle die Negativität weg, weil es war einfach wirklich so ein rabenschwarzer Tag, wo alles schief geht, zwei verletzte rote Karte, dann verlierst du in der 96. Minute das Spiel. Das sind so drei Magenschläge, man kennt das vom Fußball, in jeder Saison gibt es so Spiele irgendwie, zumindest für Eintracht-Fans, und das tut richtig weh. Das sind wirklich die Spiele, die man auch nicht vergisst, aber dagegenhalten kann man, dass da eine Mannschaft war, die bis zur 96. Minute mit zehn Mann gegen eine starke Bremer Mannschaft mitgehalten hat und die teilweise auch, ja, ich will nicht sagen an die Wand gespielt hat, aber die zweite Halbzeit wirklich sehr dominant war. hat jetzt nicht überragend viele Torchancen rausgespielt, aber Bremen auch nicht, das muss man an der Stelle auch sagen. Und bei all dem, was ja auch der Chat auch gesagt hat, wir konnten nicht mehr wechseln, wir haben da einen 18- oder 19-Jährigen, Entschuldigung, 19-Jährigen, jetzt glaube ich schon den gleichen Scheiß wie der Kommentator, da hinten drin gehabt und so, also da waren ein paar Sachen, ihr habt es schon gesagt, der Toro, der eine enorme Leistungssteigerung, bis auf einen Lapsus da vom 16er, wo er irgendwie sich enorm um die eigene Achse dreht und fast den Ballverlierungen sieht, wo ich denke, okay, das war sehr dumm, aber davon abgesehen, eine sehr gute Leistung gebracht hat. Du hast mit Ndicker gesehen, ein Abwehrtalent wie vielleicht Vallejo, wo du sagst, okay, da sind fünf, sechs Millionen geflossen, die vermutlich, wenn der das jetzt noch ein paar Mal bestätigt, einen Return of Invest sozusagen, Return on Invest heißt es, glaube ich, haben wird. Ja, also da ist schon, es ist nicht alles schlecht, das muss man sagen, Kostic, Basti hat es angesprochen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, der hat ordentlich auf der linken Seite für Alarm gesorgt, der hat es auch nach hinten mitgeholfen, Tavata, muss man auch sagen, hat, finde ich, eine ganz solide Partie gespielt. Also es war nicht alles schlecht, das muss man an der Stelle jetzt wirklich auch sagen und Rebic läuft wieder. Ja, jetzt, wir müssen einfach jetzt auch ein bisschen Glück haben in dieser Saison, dass sich nicht noch mehr verletzt oder so, damit Dennis Diekmeier nicht kommt. Ja, ich finde, dieses Spiel hat so viele Unwägbarkeiten gehabt, ihr habt den Schiedsrichter auch angesprochen, diesen Freistoß, diese Verletzung, die rote Karte. Dann, was wir auch vergessen haben anzusprechen, das war wahrscheinlich korrekt, aber dieses 1-0 ist trotzdem ein irritierendes Tor gewesen, im Sinne von, dass ich trotzdem das Gefühl hatte, dadurch, dass der Schiedsrichter die Fahne gehoben hat, beziehungsweise, dass irgendwie diese Abseitssituation in der Luft lag, dass Trapp nicht mit der kompletten Körperspannung dahinter ist, was sein Fehler hat. Ja, wobei... Ich will das gar nicht auf irgendjemand anders schieben. Ja, die Vermutung, ich hatte diese Vermutung mit der Fahne auch, ich habe mir vorhin nochmal wirklich in Sekunden schnipseln, die Wiederholung angeguckt und das ist nicht optimal zu sehen, aber, wenn ich das richtig gesehen habe, hebt er die Fahne erst in dem Moment, wo der Ball im Tor ist. Also, Trapp kann in dem Moment nicht abgelenkt worden sein von der Fahne. Er wirkte aber trotzdem so, ich weiß nicht genau. Er wirkte so. War das sein... Nein, ich will auch gar keinen Schiedsrichterfehler hier. Ich will auch sagen, auf mich wirkt es trotzdem so. Also, ich gebe dir recht, er hatte definitiv keine Körperspannung in dem Moment, er geht nicht konsequent zum Spieler, aber es war nicht der Punkt mit der Fahne, die kam erst danach und er hat auch erst danach hingeguckt. Trotzdem, da hätte er konsequenter hingehen müssen, dann hätte er es auch weggekriegt. Vielleicht nicht, aber vielleicht sah es auf jeden Fall komisch aus. Es ist ja auch egal. Es ist ein Potpourri der Merkwürdigkeiten, auch Eigenverschulden, auch eine Bremer Mannschaft, die auch nicht so schlecht war. Das ist kein Spiel, wo du wirklich eine seriöse Ableitung machen könntest, zu sagen, okay, das geht in die Richtung. Mäldchen hat es gesagt, was er wahrscheinlich unterm Strich sollte, wenn wir es positiv sehen. Normalerweise geht das Ding 1-1 aus mit zehn Mannen, du hast vier Punkte nach zwei Spielen und alles ist gut. Die Sache ist, dies ist jetzt nicht so. Wir hatten vor zwei Wochen darüber geredet, dass ich genau davor Angst habe. Wir haben die Situation angesprochen, die schwierige Situation für den Trainer, neuer Trainer, dass der jetzt quasi, wir haben jetzt verloren, mit diesem scheiß 96-Minuten-Tor gehen wir jetzt in die Länderspielpause, müssen gucken, haben jetzt verletzte rote Karten und spielen dann aber gegen Dortmund, Leipzig und Marseille. Und das ist halt blöd. Das wäre halt geiler gewesen, wenn wir das mit sechs Punkten gemacht hätten oder zumindest mit vier. Und das ist jetzt nicht so und das ist trotzdem, sagen wir es mal so, die Eintracht ist auf jeden Fall direkt von Saisonbeginn unter Strom. Das wird sich jetzt die nächsten Wochen erstmal nicht ändern und ich hoffe sehr, das, was der Tieren auch kurz gefallen lassen hat, dass Rebic läuft wieder und dass er zumindest nach diesen drei sehr, sehr schweren Spielen auch wieder eine feste Größe sein wird, und dass wir dann wirklich irgendwie uns in den Herbst zumindest wirklich einfach, dass sie einfach, und von mir aus soll es wirklich so sein, dass sie einfach die langweilige, so eine Saison wie Hertha letztes Jahr spielt, so die langweiligste Saison aller Zeiten, du bist nie irgendwie über den neunten Platz, bist aber auch irgendwie nie unter dem vierzehnten Platz, das ist völlig egal dann. Dann ist alles in Ordnung, aber das wird alles, das wird straff. Ich habe das irgendwie im Gefühl, dass das straff wird und das ist alles noch 50-50 gerade und das spannt mich schon wieder, so sehr an, wo ich dachte, das scheiß Pokalfinale beruhigt mich. Nein, klappt nicht. Scheiße. Ja, aber jetzt guck dir nochmal Stuttgart an. Erste Runde hat Pokal aus, zwei Niederlagen in die Saison gestartet, mit Torkut auch ein Trainer, der eh schon keiner wollte, der jetzt auch wieder unter Druck ist. Leverkusen, herrlich, schon unter Druck. Also die Eintracht ist auch nicht alleine und wir haben immerhin schon mal drei Punkte und die anderen Spiele haben wir noch nicht verloren. Alle reden davon, dass jetzt die schweren Spiele kommen, wir keine Chance haben. Das habe ich als Eintracht-Fan schon so oft gehört. Oh, da kommt Gladbauer, da kommt Dortmund und die werden uns wieder abschlachten und so. Ja, sollen sie erst mal kommen. Noch müssen diese Spiele gespielt werden und wir sind jetzt auch keine Laufkundschaft, wir sind jetzt auch nicht irgendwie der totale Nulpenverein, wo jeder einfach kommt und die drei Punkte mitnimmt. Also das meine ich eben auch, das gibt mir Hoffnung, weil da habe ich trotzdem mit zehn Mann eine Mannschaft gesehen, an denen Bremen nicht so einfach vorbeigekommen ist. Und ja, jetzt ist es erst mal alles ein bisschen scheiße, aber auf der anderen Seite sind auch alle hellwach, die Sinne sind geschärft, keiner kann sich irgendwas vormachen, die Medien sind schon alarmiert, es wird wahrscheinlich hochkonzentriert gearbeitet und ja, jetzt nach zwei Spieltagen cool bleiben. Wir haben ein Spiel verloren mit zehn Mann in der 96. Minute, mehr ist noch nicht passiert, der Rest sind Verletzungen, okay und ja, wer weiß, vielleicht wechselt er auch Geraldis ein gegen Dortmund und der ballert drei Tore und alle sagen nur so, was geht? Ja, also der Fußball schreibt halt auch geile Geschichten, lass ihn erst mal schreiben. Wir können immer noch abhaten und ich bin der Erste und jeder, der mich kennt, weiß, wie ich abhate, auch über die Eintracht, wenn die Scheiße bauen, aber es ist mir noch zu früh, ich bin da noch nicht, ich bin da echt noch nicht. Ja, das stimmt, das unterschreibe ich und damit können wir so abschließen. Genau, damit schließen wir das ab. Jetzt erst mal Länderspielpause und man kann, glaube ich, unter dem Strich sagen, noch nie kam eine Länderspielpause zu einem besseren Zeitpunkt als jetzt. Damit wir die ganzen Verletzten da wieder zurückkriegen und Trainingsgruppe 2, die nicht mehr Trainingsgruppe 2 ist und auch noch nie war, jetzt auch wieder am normalen Mannschaftstraining teilnehmen kann. Ich glaube, das hilft uns jetzt wirklich einfach da nochmal so ein bisschen wieder in die Spur zu kommen und mal gucken, was gegen Dortmund geht. Ich glaube auch noch nicht, dass das abgeschrieben ist. Also da, bis noch ganz früh in der Saison, da kann schon noch das eine oder andere passieren und dann haben wir auch den freundlichen Ausblick auf dieses Euroleague-Spiel. Wenn wir schon gerade bei Euroleague sind, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und auch sonst irgendwie wenig gesprochen haben, wie geil ist es bitte, dass Leipzig gegen Salzburg in der Euroleague spielen muss? Ja, vor allem, das wird sogar das Fernsehspiel. Auch noch? Das habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist statt, also die Eintracht in Marseille wird nicht gezeigt, also natürlich bei Saison, aber bei RTL Nitro, das Free-TV-Spiel ist, glaube ich, dann wirklich Salzburg gegen Leipzig. Ah, mit den sieben Auswärtsfahrern. Großartig. Das siehst du ja dann jetzt nicht mehr. Das sieht ja dann alles ähnlich aus, das können ja dann anders verkaufen. Das stimmt allerdings. Die gehören auch dazu. Hat einer schon, ich bin mal gespannt, wie dann der Fanschal da aussieht. Den du ja sonst irgendwie dann immer hast, wo beide Mannschaften drauf sind. Ich werde das ignorieren, soweit es geht. Ich kann mich damit nicht beschäftigen. Ja, ich fand es noch irgendwie sehr, sehr absurd. Ja, das ist auch absurd, dass die da jetzt, dass die UEFA das erlaubt. Ja, das war auch der Punkt, ich habe eigentlich, war ich der Meinung, dass das gar nicht passieren dürfte, weil sie ja beide irgendwie zum Selben... Aber die haben doch die... René, hast du nicht zugehört, die haben doch die ganzen Ämter jetzt getrennt, die Vereine haben faktisch nichts mehr miteinander zu tun. Grüße an die Winterverpflichtung, harte Verhandlungen, zwei Spieler, einen aus Salzburg, einen aus New York, beides Red Bull-Vereine. Und da kommen nach Leipzig, wow, das müssen sehr harte Verhandlungen gewesen sein für Ralf Rangnick, der gerade mit seinem Trainer Ralf Rangnick am Zetern ist. Das ist wilde Tage in Leipzig, hab es nicht leichter. Keine Grüße. Ja, aber lasst uns bitte nicht jetzt hier die Zeit unserer Hörer verschwenden mit Leipzig, who fucking cares, ganz ehrlich. Ich fand es nur lustig und wollte es mal eingeworfen haben. Dann verschwenden wir doch lieber die Zeit mit einer Reihe von Dumpschwätzern. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, ein paar haben wir vorhin schon angedeutet, über die sprechen wir gleich. Natürlich müssen wir erstmal auflösen, wer denn letzte Woche das Rennen gemacht hat. Und da war das auch wieder ein sehr hart umkämpfter Bereich. Und die meisten Stimmen hat ein gewisser Herr Grindel bekommen für seine wunderbare Pressekonferenz zur Aufarbeitung der Nationalelf-Geschehnisse oder Nicht-Aufarbeitung, wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, damit hat es definitiv den richtigen getroffen. Platz zwei teilen sich übrigens die Freiburg-Fans, die Basti in den Ring geworfen hat und Didi Hamann. Ich höre schweres Atmen. Großartig. Dann gucken wir doch mal, wen wir diese Woche auf der Liste haben. Und gleich der erste ist ein spezieller Freund von Etienne, was wir heute jetzt schon ein paar Mal gehört haben. In dem Fall nominiert von unserem Hörer Russel-Adler. Der Herr Feldmann, der ja der Kommentator des Eintracht-Spiels war, der mit so wunderbaren Aussagen aufgefallen ist, wie zum einen das, was ich vorhin schon sagte, der ist unglücklich umgeknickt. Das war bei dem Salcedo-Glasen-Foul-Ding. Dann die wunderbare Aussage, das Ding kippt jetzt in die eine oder andere Richtung. Ganz große Weisheit. Oder auch der schöne Satz, egal wer das Tor macht, ich wäre mit einem 1 zu 1 nicht zufrieden. Wohlgemerkt, bei dem Zeitpunkt stand es schon 1 zu 1. Also noch ein Tor wäre ein 2 zu 1 gewesen oder ein 1 zu 2. Der hat 90 Minuten konsequent oder 97 Minuten konsequent mit Dünnpfiff gelabert. Aber echt sowas von. Ja, vor allen Dingen, du hast fast das Gefühl gehabt, also, dass du dich schämen musst, als Eintracht-Fan zu sein. Der hat einem irgendwie das Gefühl gegeben, also jede Situation, wenn man die, wenn man die neutral betrachtet und man kann sie, man kann sie objektiv beurteilen, alles, was positiv bei der Eintracht war, war irgendwie Glück oder so und alles, was von Bremen gut war, war Können so ungefähr, muss man sich's vorstellen. Jedes Foul von der Eintracht war böse, jedes Foul von Bremen war ein Versehen. Und das hat sich wie ein roter Faden durch dieses Spiel gezogen und normalerweise halte ich mich echt so mit Kommentatoren-Bashing zurück. Ist ein schwerer Job, glaube ich alles und so weiter, aber das war so eindeutig, dass das, ich hatte wirklich das Gefühl, es strengt ihn körperlich an, auch nur irgendwas Positives in einem Satz mit der Eintracht zu sagen. Also alleine auch dieses Foul von Klaassen, wo, wenn es ein Eintracht-Spieler gewesen wäre, 100 pro gesagt würde, ja, wieder die Treter und weiß ich nicht und keine Ahnung, da muss es mindestens, das ist dunkelgelb und ich hab schon, weiß ich nicht, was ich mir alles anhören hätte können und da war das aus Versehen, den Ball und so weiter und wenn man sich das anguckt, nee, das war halt einfach ein richtig rotzfreches Foul, das einfach eine Verletzung in Kauf genommen hat und zwar in der achten fucking Spielminute, irgendwo im Nirgendwo des Mittelfelds, ja. Und so ging es dann die ganze Zeit und ich hab's kaum ertragen und es hat mich wirklich aggressiv gemacht, dass er dann irgendwie auch noch das Alter von Endika falsch sagt und noch zwei, drei andere Sachen falsch gesagt hat, das ist dann von mir aus geschenkt, aber, also das war so überparteilich, das hat mich wirklich genervt. Ja. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, ich hab auch irgendwann den Ton ausgemacht, weil ich's echt nicht mehr ertragen konnte. Kann ich nicht mitreden. Ja. Mein Stadion, Grüße. Das ist definitiv die bessere Entscheidung gewesen in dem Fall. So, zweite Hörernominierung von unserem Hörer Ed Wükos, der nominiert den kompletten DFB für seine Nicht-Aussagen in dieser wunderbaren jetzt wollte ich schon Bobic sagen, Löw-Analyse-PK, die ich glücklicherweise auch verpasst habe, was ich so mitlesen konnte, muss ja auch viel heiße Luft mit wenig Inhalt gewesen sein. Wenn wir schon gerade eben bei viel heißer Luft und wenig Inhalt sind, nominiert unser Hörer Mr. Joe Fix-It. Uli H. für die wunderbare Aussage, ich weiß nur, dass die Nationalmannschaft nur dann wieder gut wird, wenn der FC Bayern gut ist und daran müssen wir arbeiten. Ich finde aber, Hoeneß hat noch was viel Geileres gesagt, nämlich der mit dem PSG-Typ. Ja, das kommt als nächstes. Hörernominierung von unserem Hörer Benedikt G5. Uli H., der fordert, dass PSG seinen Sportmänner wechseln soll, weil er schlecht gefalscht hat. Also die Story ist, die muss man mir jetzt auch mal irgendwie erklären. Vor allem, dass er auch gesagt hat, dass er ein schlechtes Aushängeschild für den Verein ist. Also das muss man sich mal vorstellen, wer da das gerade sagt. Das ist unfassbar. Ja, vor allem, wenn man mal die ganze Story irgendwie betrachtet ist, die wollen Boateng, man möchte Boateng nicht abgeben, verlangt eine deutlich höhere Ablösesumme, in der Hoffnung, dass der andere Verein die nicht bezahlen will. Das passiert dann auch so, dass sie sie nicht bezahlen wollen, und dann beschwert man sich, dass sie nicht ordentlich verhandelt hätten. Also so oft kannst du im Kopf doch gar nicht gegen die Wand laufen, dass du die Story irgendwie noch für voll nehmen kannst. Ja, ganz fürchterlich. Das habe ich auch gar nicht verstanden und der hätte jetzt gesagt, ich weiß, ich würde ihm gerne mal, ich sage jetzt auch nichts mehr so Schlimmes, weil ich bin ja unter Beobachtung, Grüße. Ich würde ihm gerne mal dieses Sprottbildinterview vor das Gesicht zumindest kurz zu sanft halten und fragen, da steht jetzt drin, nochmal, ich habe es glaube ich auch hier schon mal erzählt, der hat doch gesagt, er will sich nicht mehr so in die Öffentlichkeit drängen und will nicht mehr die Schlagzeilen befeuern, weil alle nur noch am Handy hängen würden und auf neue Schlagzeilen warten würden. Das war ja seine Aussage. Und in dem Spiel will er nicht mehr mitspielen. Ja, Digga, das ist dann auch nicht besser geworden. Im Gegenteil, früher hatte der ja wenigstens noch streitbare Themen, die dann diskutiert wurden. Jetzt ist er so wie der Typ, der irgendwas in den Raum brüllt und keiner hört dem schon mehr zu und sagt, sei doch einfach leise, jetzt bitte, ich will schlafen. Also der hat sich irgendwie von einem streitbaren Typen, wo man dem, den habe ich damals schon nicht gemocht, aber damals war er Teil des Diskurses. Jetzt ist er einfach wirklich nur noch ein Brüllaffe, wo man eigentlich einfach nur noch müde ist und einfach, ganz ehrlich, sagen wir halt bitte einfach die Fresse. Es ist einfach nicht mehr, es hat nichts mehr, es kommt nichts mehr, man arbeitet doch einfach. Und jemand, der Bratzo holt, der will Sportdirektorwahl von jemandem gratisieren oder was? Meine Güte, Bratzo, das muss man sich auf der Zunge immer noch zergehen lassen, auch wenn man sich jetzt schon dran gewöhnt hat. Bratzo ist Sportdirektor bei MFC Bayern und hockt sich dann neben Spielertransfers. Naja gut, will ich mich auch gar nicht reinsteigen jetzt. Ich habe mal versucht zu recherchieren, wo Klaus Feldmann geboren ist. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht ist das nicht dein echter Name. Verschwörungstheorien? Klaus Feldmann existiert nicht. Klaus Feldmann kommt aus Bülfeld. Den gibt es gar nicht. Wenn wir schon gerade bei Verschwörungstheorien sind, das passt auch wunderbar zu unserer nächsten Nominierung, die ebenfalls von Benedikt kommt. Und zwar nominiert er Heribert Bruchhagen für seine wunderbare Verschwörungstheorie zur Wahl von Bernd Hoffmann. Das ist ja ein von langer Hand gehegter Plan und ein abgekatertes Spiel gewesen war und von vornherein so gewollt und hin und her. Das ist halt auch die Frage, muss man da jetzt in der Stelle halt noch irgendwie nachtreten oder kann man da jetzt nicht? Ja, herzlichen Glückwunsch, Heribert Bruchhagen. Dafür alles Gute, aber die Story hätte man jetzt auch einfach mal weglassen können. Und dann haben wir noch eine letzte Hörernominierung von unserem Hörer EdSuperheld, dessen ewig lange E-Mail, die vor meinem Urlaub ankam, ich leider in der letzten Sendung vergessen habe. Dafür nochmal vielmals Entschuldigung. Er nominiert Brekalow für diese komische Story mit diesen Instagram-Likes für die Hörer, die das nicht mitgekriegt haben. Er hat einen leicht fremdenfeindlichen Post irgendwie geliked und hat danach dann irgendwie erklärt, dass sein Handy gehackt wäre und das unwillkürlich irgendwelche Posts liken würde und er wäre da ja total unschuldig dran. Wer? Brekalow von Wolfsburg. Das war dieses gar nicht so richtig mitgekriegt. Um was ging es da? Da ging es um diese, die hatten ja angekündigt, dass sie dieses Jahr nur noch mit dieser regenbogenfarbenen Kapitänsbinde irgendwie auflaufen zum irgendwie Zeichen setzen und dann Ach, das war doch der, der dann gesagt hat, aus religiösen Gründen will er das nicht. Ja, genau, aus religiösen Gründen und dann gab es irgendwelche fremdenfeindlichen oder rassistischen Kommentare und er hatte mit seinem Account den dann geliked und hat dann versucht irgendwie zu erklären, dass er das ja gar nicht selbst war, sondern dass das Handy das quasi von alleine macht. Kurze Information für den Tien, Klaus Feldmann kommt aus Bensheim. Och, laber, das ist doch Quatsch. Och, ein Odewelder. Eines seiner größten beruflichen Highlights war für den Bensheimer Klaus Feldmann, links die Liveberichte und blablabla. Och, und dann ist der Feldmann schon mit V geschrieben, ne? Genau. Und dann ist der Geest wie Eintracht. Das ist aber, ja, das ist aber, glaube ich, auf Google-Ergebnis Seite 2 da, wo du eigentlich Leichen vergraben kannst. Ja, okay, aber vielleicht ist er da geboren, aber ist dann in Bremen oder so groß geworden. Lieber Etienne, das weiß ich noch nicht, das werde ich rausfinden. Also, ich werde dir einen kompletten Lebenslauf von Klaus Feldmann in Sozialisation besorgen. Hervorragend. Also, nächste Woche. Da werden bestimmt einige schlimme Dinge zu Tage. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn Sie Basti den Lebenslauf von Klaus Feldmann vorlesen hören wollen. Ich lese gar nichts mehr vor, wenn ich nicht frei sprechen kann, wirklich wie, als hätte ich irgendwelche Einschränkungen im Kopf. Gut, das sind unsere Hörernominierungen. Habt ihr dann noch Nominierte? Hatte ich nicht irgendwas. Weißt du, du hast es mir noch nicht gesagt. Ich gehe mal kurz auf sportbild.de. Kann man gerade sagen, das geht nicht. Dann habe ich drei. Ich war heute auf dem International Football Summit von der Zeit. Ja. Da waren auch einige Kandidaten. Ja, willst du jetzt Herrn Bobic nominieren, weil er gegen, weil er die 50 plus 1 Regel abschaffen will? Ja, das hat er ja vorher schon gesagt. Das war ja jetzt in dem Sinne keine Neuigkeit. Das war jetzt nicht überraschend. Das war seine persönliche Meinung. Ich halte mich da auch zurück, weil er hat mich sehr, sehr böse angeschaut, während er diese Ausführungen machte. Ich war mir da nicht sicher, ob er mich irgendwo schon mal gesehen hat. Aber gut, lassen wir das. Ich kann, dumm schwärzer nicht, aber Philipp Lahm war heute auch dort. Und Philipp Lahm, Philipp Lahm hat es tatsächlich geschafft, mit einer geschätzten Netto-Redezeit von 14, 15 Minuten nichts zu sagen. Genauso viel zu sagen, wie in allen seinen Tweets zusammen, nämlich praktisch gar nichts. Gar nichts. Der Axel und ich haben da gesessen. Ich wäre am liebsten an das Podium gerannt und hätte ihn geschüttelt. Sag jetzt irgendwas! Irgendwas, was ich mir merken kann. Nein, nichts. Der Typ ist einfach eine fleischgewordene Teflonpfanne. Da ist nichts. Das ist ja nicht mal was Schlimmes. Du kannst ja nicht mal sagen, wie der Uli Hoeneß, der labert scheiße. Nee, der labert einfach nichts. Ich frage, wir haben uns dann vorgestellt. Aber ganz ehrlich, der ist arbeitslos, den könnte man direkt verpflichten für die rechte Seite. Ich sag's nur. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Nee, auf jeden Fall, wir haben uns vorgestellt, keine Ahnung, wenn seine Frau ihn fragt, was sie heute essen will, sagt er, da müssen wir erstmal gucken, da müssen wir erstmal die Zutaten analysieren, da müssen wir erstmal gucken, wie der Hunger hat. Also der kommt einfach auf keinen Punkt. Das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe, dass er sich für Führungsqualitäten interessiert. Oha, ich kriege Angst. Passt auch sehr gut zum DFB, ich glaube, das strebt er auch an. Grüße an die Schneekopper für den Blam. Gut, ich hab nix. Basti hat nix, du hast auch nix. Gut, dann sind das die Nominierten für diese Woche. Liebe Hörer, ihr kennt das Spiel, ihr geht auf eintracht-podcast.de, klickt da die aktuelle Folge an. Stimmt ab, wer euer Dummschwätzer der Woche ist und dann werden wir das in der nächsten Woche auflösen, so wie wir das immer dann tun, wenn wir das nicht vergessen. Über Twitter schreiben auch Leute, also hier Florentin Fan schreibt, dass er aus werder Sicht auch scheiße war, der Klaus Feldmann. Also, die fanden ihn auch nicht gut. Das doppelte Prädikat braucht man nicht wieder. Hervorragend. Hervorragend. Dann haben wir noch zu sprechen über Empfehlungen. Ich habe da ein paar aufgeschrieben. Komischerweise ist in zweien davon Marvin beteiligt. Einmal gibt es bei dem viel zu selten erscheinenden Podcast dem Popkulturfunk, der von der Valentina gemacht wird, erzielt im Drecksler auf Twitter, eine Folge zu Wrestling und wen kann man sich da am besten anders einladen als den Herrn Marvin, der einfach mal so ein paar Geschichten zu Wrestling erzählt und Begrifflichkeiten erklärt. Also wer vielleicht da immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Einstieg, der kann da mal reinhören. Und dann heute ganz frisch kurz vor unserer Aufnahme erschienen die aktuelle Folge von Fußball 2000 auf YouTube. Kleiner Spoiler, Basti steckt nichts in Brand, kommt aber trotzdem in lebensgefährliche Situationen. Das lassen wir mal so stehen. Und es gibt auch dort den Einsatz des Videoschiedsrichters. Also von daher, wer am Bundesligaspieltag da noch nicht genug von hatte, der sollte da einschalten. Und wenn ihr damit fertig seid und jetzt wird es hier so ein bisschen shameless Dingens-Plugging, dann geht ihr zu, ich glaube Rocket Beans Gaming ist das und guckt euch die aktuelle, die erste Folge der Staffel 4 Royal Beef an. Oh ja. Die müsst ihr auf jeden Fall gucken. Und ich fordere auf, Etienne, in der zweiten Folge muss mehr Hate und Rage rein. Das war noch ein bisschen wenig am Anfang. Das kommt noch, das kommt noch. Aber ich möchte auch noch eine Empfehlung aussprechen. Ja, sehr gerne. Und zwar das Neubuch von Co-Host von Bundesliga Tobias Escher gemeinsam mit Tobias Esche. Der Abstieg heißt das, wie Funktionäre einen Verein ruinieren. Und da geht es tatsächlich um den HSV und um die letzten zehn Jahre beim HSV im Prinzip seit der Papierschnipsel auf dem Rasen lag und bis in die zweite Liga. Und es ist wirklich so, wie ich das quer gelesen habe, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber so quer gelesen habe, wirklich ein sehr interessantes Buch, gut recherchiert und nicht nur jetzt irgendwie für HSV-Fans oder so interessant, weil ich persönlich habe da sehr viele Parallelen erkannt, auch zu der Eintracht in den 90ern. Und es ist wirklich hochinteressant, dass ein Verein wie der HSV, der ja rein vom wirtschaftlichen Potenzial her und der Größe und so weiter eigentlich wirklich ein großer Verein ist in Deutschland, wie die es geschafft haben, diesen Verein wirklich systematisch in die zweite Liga zu katapultieren und was da alles so schief läuft und was für Eitelkeiten und so weiter und auch uns Harry spielt da natürlich auch eine kleine Nebenrolle. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer Bock hat, sich das mal durchzulesen, ist nicht nur für HSV-Fans interessant, glaube ich. Gibt es seit heute im Buchhandel. Und auf diesem Amazon auch als E-Book. Ich hau da mal ganz dreist so einen Affiliate-Link in die Show-Notes. Ihr könnt ja dann drumherum surfen, wenn ihr nicht wollt. Ja. Basti. Was zockst du eigentlich jetzt hier? Du bist ja Profi. Ich zock. FIFA oder Pro Evolution? Ey, ich hab neulich, haben wir auch auf dem Sender, haben wir das neue Pro Evo gezockt. Eigentlich, also ich war früher Pro Evo, so fünf und sechs hab ich Pro Evo gezockt. Dann bin ich rüber zu FIFA-Spiel da jetzt seit Jahren und jetzt hab ich den neuen Pro Evo-Teil gespielt und der ist richtig geil wieder und ich weiß aber nicht, es ist immer so schwer so hin und her zu wechseln irgendwie. Keine Ahnung. Letztendlich häng ich da meine Fahne in den Wind und guck, was meine Kumpels alle so spielen. Also FIFA hat halt die Lizenzen und die geileren Modi und alles ist so ein bisschen komfortabler, würde ich sagen, aber Pro Evo, ich hab's zwei Stunden gespielt, das neue, es hat schon fucking Bock gemacht. Also es ist schon spielerisch richtig geil, muss ich sagen. Also es sind, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Merkst du was? Die fragen mich doch nicht so schwere Sachen. Merkst du was, Basti? Er kriegt eine klare Frage gestellt und er kommt jetzt in so einen Lahm-Antwort-Modus und, ne? Beide Spiele haben was für sich, man muss diese Spiele analysieren. Beide Spiele stärken. Wir haben das jetzt schon mehrere Leute gefragt, René, ich weiß nicht, ob du die Antworten alle, die komplett angehört hast. Wenn's darum geht, was während dem Spiel und auf dem Platz passiert, sagt jeder, dass Pro Evolution besser ist. Ja, ist ja auch richtig. Aber es ist auch Gewöhnungssache. Es ist halt Gewöhnungssache. Ich fluch bei keinem Spiel mehr als bei FIFA und dann spiel ich trotzdem die nächste Partie. Also es ist wirklich so Hassliebe und was wir halt bei FIFA immer machen ist Pro Clubs. Also jeder hat eine feste Position. Wir spielen teilweise mit fünf, sechs Leuten gleichzeitig. Jeder hat wie gesagt eine feste Position, kannst die Spieler nicht wechseln und diesen Modus, den gibt's halt einfach bei Pro Evo nicht. Und das ist halt auch so ein Ding. Aber zum Beispiel das ganze Foot-Ding interessiert mich null. Also diese Rubbellos-Geschichte da. Ja, die hast du ja bei Pro Evo dann halt auch wieder hier mit Dingen kaufen und Bällen öffnen, glaube ich, dann da. Also, ja. Ja. Tut mir leid. Basti, ich kann dir nichts empfehlen. Aber wenn du mal zocken willst, dann findest du im Internet bestimmt Leute. Beim Rausgehen noch mal schön einen reingehauen. Hervorragend. So mag ich das. Zeug dir immer eure Kinderspiele weiter. Basti, möchtest du noch irgendwas empfehlen außer Pro Evo? Ich empfehle jetzt gar nichts mehr, außer, dass wir hier die Sendung bei den Tschüss machen. Ey, euer neues Ding da, was ihr da macht, ne, da im Hinterhof, beim Grill, also beim, ihr wisst, was ich meine. Fußball 2000. Ja. Also irgendwann will ich da mal mitmachen und dann will ich aber mir auch die Haare da schneiden lassen. Könnt ihr das klar machen? Haben wir, das haben wir jetzt hier live auf Band. Das werde ich morgen den Jungs vorspielen. Da aus der Nummer wirst du nicht mehr herauskommen, leider. Ich will, ich will, ich will die Marco-Russ-Friese oder so. Irgendwie, ich will da wirklich so, ohne Scheiß, wenn der mir eine geile Frise macht, lasse ich mich auch direkt danach noch tätowieren. Warte mal ganz gut, ich gucke mal, ob ich das irgendwie in den Fußball 2000 Chat kriege. Ich werde es jetzt hier als Nachricht einsprechen. Also du hast gehört, Marco-Russ-Gedächtnis-Frisur und wenn er das hier kriegt, danach Tätowierung. Also Jungs, der Etienne, wir sind jetzt live in der Sendung, Jungs, der Etienne hat gesagt, er will bei Fußball 2000 dabei sein, beim Boki auf dem Friseurstuhl und will die Frisur von Marco-Russ haben. Das hat der René gehört, das haben alle Hörer gehört, ich habe das gehört, ihr habt das jetzt hier gehört, das ist bestätigt. Make it happen. Make it happen. Also die Nummer steht, ich freue mich, auf die Frisur vor allen Dingen. Grüße an Boki. Sehr gut. Ja, das müssen wir danach dann noch Marco-Russ hinkriegen, der dann irgendwie an der Seite sitzt und dann auf einmal auch hinter der Zeitung hervorkommt oder so. Ja, hervorragend. Dann bei der Geburt getrennt, bei der Geburt getrennt in die Elf Freunde noch reinkommen, dann haben wir alles erreicht. Beim Elf Freunde Saisonrückblick am Ende des Jahres. Großartig. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball und der Eintracht-Podcast. Damit sind wir quasi am Ende dieser kleinen beschaulichen Sendung, weil Basti... Damit hast du auch den Sendungstitel geliefert. Solche Geschichten schreiben nur der Eintracht-Podcast. Großartig. Sendungstitel incoming. Ja, und damit wir solche Geschichten schreiben können, sage ich an dieser Stelle, weil es ist Monatswinkel, nochmal Monatswechsel. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Ganz herzlichen Dank für all die Menschen, die uns jetzt wieder mit ihren Daueraufträgen unterstützen. Da ist heute wieder einiges auf dem Konto zu sehen. Das ist sehr schön. Es sind oftmals auch gar nicht die großen Dinge. Das ist so Dauerauftrag ein Euro, aber dafür jeden Monat. Das hilft uns extrem, hier diese Geschichten weiterschreiben zu können. Von daher sage ich ganz herzlichen Dank an all die Menschen, die das jeden Monat wieder tun oder auch an die, die das einmal im Jahr nur tun oder wie auch immer. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr da draußen wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, geht auf eintracht-podcast.de slash support. Da findet ihr alle Infos. Und dann sage ich noch danke, Etienne, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, mit uns hier über die Eintracht zu reden und uns so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hast. Gerne, gerne, gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, wir laden dich nochmal ein, wenn FIFA 19 draußen ist und dann kannst du nochmal sagen, was du besser findest und was nicht. Okay, spiel dich. Mach doch einen Gaming-Podcast. Ja, vielleicht auch das. Und dann machen wir die Post aus Italien. Den Sack zu. Nicht vergessen, am Samstag sind wir für 45 Minuten, vielleicht auch eine Stunde, mal sehen, live im Eintracht-Museum. Das dürfen wir nicht vergessen. Beginn 15.30, Sendungsstart 15.45 und danach Aftershow-Party. Basti sucht die Location raus und vielleicht grillt er auch noch für uns. Mal gucken. Das dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Wer das noch nicht mitbekommen hat, guckt da nochmal auf Facebook oder wie auch immer Eintracht-Museum Samstag 15.30, wir live vor Publikum. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Und ansonsten senden wir in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Ich sag danke und tschüss. Ale, ey, ey, es keine veure, ey, 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 es keine veure, ey, 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.